so die hier müssen rein die kaputten die ganzen cobblestones hier soll so rein und jetzt ganz gut hier ein cobblestone hin dann kann man hier mit dem gebrochenen und wenn wir mosten weitermachen und dann hier halt jetzt endlich immer weiter so hochfahren und das fällt dann halt auch kaum auf dass eigentlich das einem relativ strikte mustervolk das ist immer ganz cool also das heißt schon abhob dieses wegebau system das habe ich glaube ich schon in höhlenverschiene von 20 oder 30 blöcken überwunden und das sah eigentlich immer super aus das ist ja irgendwie hollys patentiertes wegebau netz system das hat holger erfunden solche wege zumindest ich kannte sie erst durch ihn keine ahnung ob er sich die oben abgeschaut hat ich denke aber fast nicht weil der ist kreativ genug um sowas selber zu machen das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus ich habe kein platz mehr das sieht doof aus so problem gelöst gut machen wir hier mal was und dann kommt hier wieder ja warte mal muss kommt in die mitte und riss an die seite etwa so muss man schon sagen ist die doch jetzt eigentlich nicht unbedingt so aus dass man sagen würde ja naja es fällt nicht auf dass es keine slabs von bemosten und verbrochenen siegeln gibt das meinte ich so so wo muss ich jetzt hoch ich glaube auf die höhe muss ich ne ja auf die höhe muss ich das ist so hoch alter ist dann schon irgendwie glaube ich sogar schon fast das niveau auf dem die eingangs türe von der burg steht ungefähr also ich glaube da fehlt nicht mehr viel dass sie das niveau haben so jetzt muss hier auf jeden fall ein rissiger hin und den rest mal mit denen hier hier kommt auch so was hin so und zack 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 moos obwohl warte mal das ist zu systematisch das muss einfach mehr random aussehen ok warte ok warte äh das ist pein ach das ist ahja hoppala äh was war hier so einer ne warum wir machen das hier so warte mal das hier so hm 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 einfach, ne? So. Ja. Irgendwie ist hier oben jetzt wesentlich mehr Cobblestone verbaut, als da unten. Also das Gefühl. Ist ja wirklich wesentlich mehr. Also hier ist viel mehr mit den Ziegeln tatsächlich gearbeitet, als auf der Strecke hier oben. Aber das hat auch was zu. So. Cracked. Moos. Hm. So. Hier muss man schauen, also wie ich den Weg jetzt anlege. Und... Hier muss ich wieder so einer hin. Dann... Hier wieder Moos hin. So. Da oben muss ich dann irgendwie... Mal... Rechts rein in den Berg. Oder halt... Irgendwie entlang. So. 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 Mal... Zwei bis drei Grad kälter eingestellt sind als die aktuelle Außentemperatur. So. Das ist aber den Wurscht. Da drin. Ist das einfach zentral gesteuert. Und... Es hat so einen Temperaturregler. Und... Na ja. Der ist halt so eingestellt, wie er eingestellt ist. Sehr zum Leidwesen von meinem Immunsystem. So, und hier muss dann noch die ganze Fetze dahin. Hier wollte ich eigentlich einen Ganzen hinhaben. Und dazwischen drin ein Cobblestone. Das sieht doch schon einigermaßen cool aus, oder? So, und hier kommen dann letztendlich so... Ja, wie mache ich das eigentlich, dass es nicht so dumm aussieht? Ich glaube, ich werde die Dachstühle ungleichmäßig verteilen. Das sind die Dachstühle da unten sehr viel länger sind als auf der Seite. Da wird hier automatisch die Fassade höher. Gleiches Prinzip dann bei der Rückseite dann auch. Hüpp! Oh je. Hüpp! Lassen wir hier letztendlich auch direkt auf den Berg rauf können. Oh, hier drüben ist wieder ein fettes Loch. Ja, super. Ha! Toll! Auf jeden Fall muss ich jetzt hier in dem Bereich irgendwo hochkommen und dann hier die Straße zur Burg weiter anlegen. Und dann hier letztendlich die Bahn schieben. Und da unten den Bahnhof, der irgendwie nicht gerade weit weg ist von der anderen Bahnstrecke. Aber naja, das ist halt dann irgendwie so Burg oder so. Keine Ahnung. Das gibt es ja öfter zum Beispiel. In München ist ja halt der Stär, also Münchener Hauptbahnhof und dann fährst du jetzt zwei Minuten und dann halten manche Züge schon wieder an der Donnersberger Brücke. Das ist halt genauso ähnlich in der Tür. Weil man ja hier irgendwie, was Höhe betrifft, ist ein Block ein Meter. Was Länge betrifft, nicht. Also Entfernungen. Das ist ja irgendwie anders. Weil da ist das hier schon wieder sehr viele Entfernungen. Aber es sind halt eigentlich nur 100 Blöcke. Also wären es eigentlich nur, ich weiß nicht, ob das überhaupt 100 Blöcke sind. Es sind wahrscheinlich weniger als 100 Blöcke. Das wären 100 Meter und dann kommt schon der nächste Bahnhof. Ja, was wäre das in Wirklichkeit? Also so im Real Life wäre das ja so eine Strecke, da geht es kaum. Aber hier geht es dann schon ein gutes Stück. Deswegen rentiert sich hier dann auch dafür schon wieder ein neuer Bahnhof. Mehr oder weniger. Das ist ja eigentlich das krasse Dran. So. Ähm. Ach genau, jetzt muss ich mir noch das Konzept für den Rand hier irgendwo noch aus den Haaren saugen. Habe ich hier ne Workbench drinnen? Wieso habe ich hier keine Werkbank? Hm. Das ist unschlau. Eine Werkbank sollte man immer im Hause haben. Warte mal. Halt, stopp. Ich habe total vergessen. Ich weiß ja, wo hier die Werkbank ist. Ja gut, aber ich muss erst mal Sachen weglegen. So. Die, 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 äh. Wie? Ich muss noch mal Starbricks rein. Äh. So. Äh. Und dann mal jetzt. Jawohl. Na, das hat ja viel gebracht jetzt. Ich glaube, das tun wir einfach hier oben zur Spitzsacke rein. Das Gold. Und das Eisen. Die Setzlinge. Brauchen wir jetzt ja nicht. Ähm. Und stattdessen kloppen wir immer die Bahntrasse frei. Ähm. Und das wäre jetzt hier schon ein guter Punkt. Ähm. Den wir von hier abzweigen können. Dann könnte man hier so eine kleine Querstraße machen. Und dann hier unten irgendwo abbiegen. Ähm. Wie dann ist dann nicht auf der Vorderseite die Häuserfront hat. Und auf der Rückseite dann diese Häuserfront. Auf der Seite. Und quasi hier dann die Häuser trennt. Hier geht es dann weiter nach oben. Und dann. Vielen Dank.